Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Event-Folge von mir. Wir stehen ja gerade an der Starship-Reunch, weil aus irgendeinem Grund Podigree an der Starship-Reunch bei mir ist. Obwohl hier nicht mein Heimatstall ist, aber egal. Ja, es ist wieder soweit. Es ist wieder Halloween-Zeit. Und natürlich kam auch wieder das Halloween-Event rein. Ich bin diesmal sogar passend zum Halloween-Event angezogen. Den süßen kleinen, auf den ich hier reite, den kennt ihr noch nicht. Den habe ich euch noch nicht vorgestellt, aber ich habe ihn mir beim Bazaar gekauft. Sowie fünf weitere Kollegen. Davon kommen irgendwann die Pferdekauf-Videos. Die muss ich teilweise noch aufnehmen. Ja, es geht wieder los. Halloween. Ich freue mich tatsächlich, weil Halloween und Weihnachten sind mit meine Lieblingsevents tatsächlich. Ich mag eigentlich alle großen Events, also von daher. Aber Halloween ist auch immer so etwas sehr Schönes, Spezielles. Und ja, falls ihr was im Hintergrund hört, das ist zum einen der PC. Aus irgendeinem Grund ist der heute wieder laut. Keine Ahnung. Ich glaube, ich müsste den mal entstauben. Und falls ihr was im Hintergrund mir jaun hört, das ist Lucy. Die schläft, aber die spricht im Schlaf. Und ja, die liegt genau hinter dem PC-Stuhl auf dem Terrarium im Pendler. Also wundert euch nicht. Ja. Halloween-Zeit. Hallo, Po. Hallo, ich bin Po, die Krähe. Ich kenne dein Ziel in Fern und Nähe. Oh, so süß. Während die anderen sich verstecken und kein Wort sagen, musst du dich in die Festung des Galoppierers wagen. Dort wartet ein Geist namens Kasper auf dich. Die Antwort, die du suchst, kennst sie sicherlich. Sie kennt dort jeden Stein. Keine Angst, sie weiht dich ein. Zögere nicht. Hast du eine Wahl, sei mutig und geh durch ein Portal. Mehr Worte für dich habe ich nicht im Sinn. Und jetzt spurte dich, reite schnell dorthin. Ha, cool. Cool, cool, cool. Ja, es wird wieder so ablaufen, dass ich die Story-Quest wieder mit meinem Mann aufnehme. Allerdings, wenn ich mich nicht verlesen habe, ist es so, dass tatsächlich die Story-Quest, also die Story-Quest in Anführungszeichen, zu Halloween, diesmal die Quest noch von letztem Jahr reinkommt und erst die neue Quest später reinkommt. Ich kann auch gerade nochmal auf dem Handy in der App gucken, wenn ich mich nicht vertan habe. Äh, da. Okay. Weil wir müssen jetzt eh noch erst im Portal reiten. Äh, bald auf Jovic. Hier. Kann ich mal gerade gucken. Weil die hat nämlich gesagt, dass die Quest, äh, ja nochmal neu spielbar ist. Auch für diejenigen, die die Quest bereits gespielt hatten. Ähm, und die neue Quest erst später kommt. Gut, ja, hier steht tatsächlich, dass die Quest erst, äh, am 25. Oktober zurückkommt. Jetzt gehen wir aber erstmal in die Festung des Galoppieras. Huuu. Deswegen muss ich gleich mal gucken, weil Linda steht in Morland. Uh. Ja, dieses Jahr ist auch wieder einiges neu. Das, ähm, Rennen auf dem, auf dem Hexenberg da in New, äh, Golden Hills wurde zum Beispiel bearbeitet. Die Festung sieht immer noch aus wie letztes Jahr. Aber, äh, ja. Oh, Halloween, ich freue mich so wieder. Die Story, die Quest auf jeden Fall mache ich wieder mit meinem Mann. So wie es letztes Jahr auch schon war. Ich habe auch schon den Kürbis gesehen, den es dieses Jahr gibt. Ich weiß nicht, wie Leute es geschafft haben, direkt am ersten Tag den Kürbis zu bekommen, aber ich habe schon Leute gesehen, die den Kürbis haben. Wahrscheinlich hatten die noch, äh, ah, erzähle ich auch gleich. Aber erstmal reden wir mit Kaspar. Vorausgesetzt, ich komme an Kaspar dran. Polikrähe. Mensch, Maya, du bist so ungefähr der hundertste Mensch, der mich heute aufsucht. Geht es wieder um einen sprechenden Vogel? Ja. Huch, ich brauche dringend eine Klingel an diesem Portal. Herbst Morken. Ach, das ist die, die wollte ich auch noch mit rausnehmen aus dem Dings. Habe ich vergessen. Also gut, du bist in der Festung des Galopiras und diesen Ort gibt es schon sehr lange. Ja, Galopreiter, okay, ihm gehört diese Festung und das hier ist sein Reich. Jeden Herbst, etwa um diese Zeit, wenn der Schleier zwischen unseren beiden Welten schwächer wird, findet er seinen Weg zurück nach Jorvik. Was er auf Jorvik macht? Er sucht nach Seelen, ist doch klar. Er verfolgt ahnungslose Leute, dann zählt er ihre Seelen hier in die Festung. Ich bin das beste Beispiel. Aber so schlimm ist das gar nicht. Wir bekommen hier die ganze Zeit neue Leute rein und finden Freunde. Jedes Jahr schleppt der Reiter etwas Unerwartetes und Spannendes an. Ich sag's dir ehrlich, die Festung des Galopiras ist eher sowas wie der Spielplatz des Galopiras. Du musst nur wissen, wonach du Ausschau halten sollst und dir die ganze Dunkelheit und so wegdenken. Es gibt jede Menge Spiele zu spielen. Rennen zu machen, Tränke zu brauen. Du kannst hier sogar shoppen gehen. Nicht schlecht, was? Wenn du noch ein bisschen bleibst, zeige ich dir all die spaßigen Dinge, die uns hier bei Laune halten. Es wird auch wieder mehrfach geteilt, die Sachen, die man hier machen kann. Erstmal so ein kleiner Rundgang und dann die Quest und dann halt wöchentlich. Was sagst du, Kind? Bist du dabei oder bist du dabei? Ich bin dabei. Gut, dann schaut euch mal ein bisschen in der Festung um. Seh dir den Kessel an, das Lager, den Stall, was dir sonst noch ins Auge fällt. Machen wir! Es gibt wieder schön Marken dafür. Ähm, die magischen Pferde, die es dieses Jahr gibt, kommen übrigens erst am 18. Oktober rein. Also nicht wundern. Weil die stehen hier nämlich noch nicht. Das hier ist der Stall. Wie ein Stall funktioniert, erkläre ich dir jetzt nicht. Aber seh dir mal diese unheimlichen Schönheiten an. Wenn ich mich nicht ganz verlesen habe, sind die nämlich reduziert, die Pferde von... Ja. Die Pferde, die letztes Jahr reinkamen, beziehungsweise die Pferde, die hier drin sind, die wurden reduziert. Die kosten jetzt alle weniger. Ja. Die sind alle reduziert. Das finde ich ehrlich gesagt schön, wenn die das jetzt tatsächlich so machen, dass bei den, äh, dass die, 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 äh, limitierten Pferde vom Jahr davor alle, äh, ja, günstiger werden. Finde ich schön, finde ich toll. Ja. Gibt dann auch ab nächste, äh, nächste Woche auch wieder Haustiere neue und natürlich auch die neuen, äh, Pferde. Sieht man hier schon irgendein neues Haus hier davon? Nee. Das sind bisher die, nur die Bekannten. Gut. Das Kesselspiel ist auch wieder... Da ist der neue Kürbis, das ist der neue Kürbis. Ist der nicht süß, ist der nicht süß? Der ist doch süß, oder? Ja, das Kesselspiel ist auch wieder drin. Daneben hier steht der große Braukessel. Pass auf, wo du hintrittst, Kind. Ist etwas aufbrausend. Ehrlich gesagt könnte Karin wohl etwas Hilfe dabei gebrauchen, ihn zu beruhigen. Ich muss dich warnen. Du nährst dich dem Kessel auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Verantwortung für Dinge oder Lebewesen, die hineinfallen. Entschuldige, ich muss das erwähnen. Es gab in der Vergangenheit Vorfälle. Ja. Auch wieder die Quest mit ihr. Ah, genau. Es gibt manche Sachen, die dieses Jahr das letzte Mal drin sind. Also, wenn ihr was von den alten Sachen noch unbedingt haben wollt, würde ich euch wirklich vorschlagen, das dieses Jahr noch zu holen. Weil, äh, manche Sachen von denen, ich glaube, die ganz alten Sachen, die fliegen raus dieses Jahr. Was bist du? Achso, du tauschst Seelensplitter gegen Herbstmarken. Genau. Das wollte ich nämlich auch noch gesagt haben. Starzan hat zwar angekündigt, dass die Seelensplitter letztes Jahr rausfliegen. Also, letztes Jahr haben sie angekündigt, dass die Seelensplitter rausfliegen. Aber die Seelensplitter sind noch drin. Die kann man nämlich dieses Jahr gegen Herbstmarken eintauschen. Warum auch immer. Ja, genau. Hier gibt es die Markenwaren wieder. Es gibt wieder neue Sachen. Und auch die alten Sachen kann man auch wieder eintauschen. Schön. Ja, die habe ich aber. Es gibt zwei Outfits für Pferd und Reiter. Ahaha. Was? Man kann einfach einen auf Rentsday machen. Okay. Ja, warum auch nicht, gell? Hier gibt es wieder einen Shop. Genau, hier ist die Kleidung. Das Feenoutfit ist total schön, aber habe ich mir nicht gewohlt. Ja, hier sind noch die Sachen von letztem Jahr drin. Cool, was geht mir so auf den Keks? Vintage-Sachen. Das sind unsere Händler. Sie sind etwas wurtkarg, aber sie haben jede Menge gruselige Sachen. Zu gar nicht schrecklichen Preisen. Okay, Vintage-Schätze. Hier, davon geht der Kram wahrscheinlich raus dann. Unter anderem raus. So, hier ist der Maskenverkäufer wieder. Einen Haufen Masken gibt es hier. Natürlich, das Lager gibt es hier auch wieder. Diese Kisten und so hier gewähren dir Zugriff auf alles, was du noch in deinem Kleiderschrank zu Hause hast. Wie das funktioniert, weiß ich doch nicht. Ja, das Lager gibt es hier wieder. Sehr, sehr praktisch tatsächlich. Es gibt auch wieder das Pac-Man-Spiel unten im Schloss. Das hier ist die Turminsel. Diese bedrohlich aussehende Festung hat eine lange Geschichte. Zu lange, um sie dir jetzt zu erzählen. Heutzutage schmeißen wir hier immer unsere Partys. Ja, auf der Insel gibt es jede Menge Spiel und Spaß. Hier verpasst keiner die nächste Runde von Verliese und Kürbisse. Genau, das ist das Pac-Man-Spiel. Ja, hier hinten kann man wieder Verliese und Kürbisse spielen. Später, gell? Ja, genau. Hier ist wieder Verliese und Kürbisse. Oh, da hinten glitzert es. Kann man wieder Seelensplitter hier so einsammeln? Ja, kann man. Hab einen Seelensplitter gesammelt. Okay, dann jetzt noch eine. Ein Dinge finden. Ich glaube, wir müssen da hoch. Und natürlich die Rennen, die sind natürlich auch noch da. Aber man kann wieder die Zutaten finden. Das ist schön. Ich hab nämlich von letztem Jahr noch einen Haufen Kram. Ja, den Trail-Rid gibt es natürlich auch wieder. Gucken wir uns alles gleich noch an. Das ist die Insel der Hoffnungsvollen. Hübsch nicht? Hier kommen wir hin, wenn wir uns entspannen wollen. Oder ein, zwei Kerzen für die anzünden wollen, die wir zurückgelassen haben. Genau. Gut. Dann geht's jetzt weiter. Wieder zurück zu Kaspar. Hallo. Und das sind die ganzen tollen Sachen hier in der Festung. Die Portale bringen dich an noch mehr seltsame Orte. Und ich hab Gerüchte von Seelensplitterntornados drüben auf Jorvik gehört. Das dürft ihr ordentlich brausen. Genau. Die gibt's auch wieder wie jedes Mal. Zu jeder, zu jeder Vollstunde sind die irgendwo auf Jorvik. Die bleiben 20 Minuten noch muss Seelenspieler sammeln. Äh, dieses Jahr ist es aber tatsächlich nicht drin, dass man die Portale öffnen muss. Da haben sich letztes Jahr ja einige drüber beschwert, dass man die Portale öffnen muss. Ich fand's jetzt nicht so schlimm, aber gut. Ähm. Ähm. Ja. Die sind dauerhaft offen jetzt. Das grauenvolle Rennen des kopflosen Reiters. Ja. Ich würd sagen, machen wir dann einfach mal die Rennen. Was haben wir denn jetzt alles? Kürbissaison. Rennen durch die Erinnerung des Galapiras. Rennen über den Vogelscheuschenberg. Verliese und Kürbisse. Schauriger Trialrit. Ja. Ja, ein böses Ohm ist von Linda. Das weiß ich nicht. Da muss ich später mal gucken. Hexengebräu. Äh, das ist eine, das ist eine Extra-Quest. Die hat nichts mit Halloween zu tun. Machen wir jetzt erstmal hier. Ich hab gehört, der Galapira hätte also eine schmerzhafteste Erinnerung hier hinter diesem Portal gebündelt. Ich werd da reingehen. Ja, das werd ich. Aber nicht jetzt. Kannst du zuerst gehen, Mackenzie? Drei Marken gibt's wieder dafür. Ja. Ich liebe die Halloween-Rennen. So. Wieder der Galapira zu sein. Ich, ich find die Halloween-Rennen total toll. Ich mag das richtig. Ich hab mich wirklich auf Halloween wieder gefreut. Ich freu mich auch mega auf das Winter-Event, das dann bald kommt. Ich bin zwar eher für Weihnachten zu haben als für Halloween. Aber, äh, das Halloween-Event gefällt mir trotzdem. Das find ich richtig cool. Ich würde mir immer nur, eben einfach nur wünschen, dass es trotz allem noch ein paar mehr Spinnenhaustiere gibt. Weil es gibt ja leider nur zwei. Einmal das Spinnenhaustier, das man durch die Spinnenquest bekommt. Und einmal das Spinnenhaustier, was man, ähm, vom Galapira von vor zwei Jahren bekommen hat. Und ich hab die beiden halt schon. Und ich hätte gerne noch ein paar mehr. Zum Beispiel die Spinnen, die, die, bei der Spinnenquest von, äh, Professor Haydn muss man hier Spinnen sammeln. Und, ähm, ich würd's so feiern, wenn Starslabel die einfach kaufbar machen würde. Weil sie haben bereits... Ach, guck mal, jetzt ist der, 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 äh... Eichwänchenkopf ist da, aber es ist diesmal ein großes, äh, graues, kein weißes. Die Spinnen, die es bei der Quest zu finden gibt, die sind bereits... Die haben die Farbe, die haben die Animationen und alles mögliche. Die müssen die wirklich nur noch kaufbar machen. Und ich versteh nicht, warum Starslabel das nicht macht. Weil das ist jetzt kein großer Aufwand mehr. Die müssen nur noch kaufbar gemacht werden. Weil das Modell und alles ist ja schon da. Und auch wie die sich... Oh! Wenn man jetzt runterfliegt, wird man rausgeschmissen? Das ist neu. Habe ich das jetzt verkackt für heute? Das Rennen? Äh, einen Moment, ich lock mich mal kurz aus. So, ich lauf jetzt unten lang, ey. Fünfmal! Ich weiß nicht, was für ein Problem ich hatte, aber irgendwie ist das Rennen heute nicht so meins. Nein! Oh Gott, ich hab's doch geschafft. Ich hab überlebt. Das ist das fünfte Mal, dass ich das Rennen jetzt mache. Also, keine Ahnung. Ich glaub, meine Konzentration ist heute einfach nicht so gut. Ähm, fallen hier nicht normalerweise Eispickel runter? Ah! Da! Hallo? Warum bleibst du stehen? Ich weiß nicht. Hallo? Endlich! Klingt nach einem verrückten Ritt. Ich hätte das auf jeden Fall bald selbst wagen. Wahrscheinlich. Vielleicht. So, wie viel kriegt man jetzt am Tag nochmal? 300. Man bekommt jetzt pro Tag dann zwei Herbstmarken und 300 Pferdererfahrung. Okay, gut. Die mach ich aber offscreen. Das muss ich ja jetzt nicht mit euch machen. Okay, bemerkenswerte Vogelscheuche. Die Hexen. Sie haben den Vogelscheuchenberg übernommen. Hilf uns! Ja, das Rennen wurde überarbeitet. Da bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Ich mein, ich hab's in einem Spoiler-Video schon gesehen, wie das aussieht, aber... Trotzdem, ist ja nochmal was anderes, wenn man's dann selber reitet. So. Das sieht soweit ganz normal aus. Ah. Wirbelsturm ist da. Genau. Das hier ist nämlich neu. Und das ist super cool. Oh. Irgendwie hab ich grad gedacht, ich muss das Blaue einsammeln. Nein, Mine, das Blaue musst du nicht einsammeln. Davon musst du weglaufen. Ja. Das ist hier jetzt auch neu. Das haben sie auch neu gemacht. Das ist voll cool. Voll cool. Das haben sie richtig gut gemacht. Oh. Da waren... Den... Den hab ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Toll, aber ich will den haben. Ist doch unfair. Aua. Uuuh. Jo. Wir sind da auch noch Felsbrocken. Ich glaub tatsächlich, ist das noch länger geworden, weil bis hier unten hin ging das bisher noch nie. Uuuh. Voll in die Krähe reingerannt. Ja. Es ist länger geworden. Och. Das ist richtig cool. Ja. In beide Krähen rein. Genauso. Genauso gehört sich das. So muss das sein. In Sicherheit beflohen. Ewigt. Äh, ich meine... Gut gemacht. Da... Gibt's... Auch wieder 300 Erfahrungspunkte. Gut. Dann... Ein Rennen fehlt dann noch der schaurige Trailred, genau. Und die Kürbisjagd. Machen wir erst die Kürbisjagd. Unsere Zeit ist wieder einmal gekommen. Wenn der Mond in Leuchten im Orangen im Himmel steht, werden einige von uns Kürbissen von der pandorischen Energie besessen oder verzaubert. Und ganz jobbig wird von einer herbstlichen Aufregung heimgesucht. Ja, es ist an der Zeit für die Kürbisjagd in Golden Hills. Okay. Los geht's. Ist dir die Verwirrung in deinem Gesicht, Kleines? Du fragst dich, was uns dazu bringt, lebendig zu werden, nur um uns dann zu verstecken. Es sind die Emotionen, die ihr Menschen mit uns verbindet. In vergangenen Zeiten nannten die Menschen den Vollmut zu dieser Jahreszeit Erntemond und Jagdmond. Ihr habt so viel Zeit investiert und euch so gut um all unsere Bedürfnisse gekümmert, damit die Ernte in diesem Jahr reichhaltig ausfällt. Oh, was für einen Bangen und was für eine Freude. Bald werdet ihr belohnt. Ah, aber welchen Sinn hat eine Jagd, wenn nicht die Herausforderung? Und ist die Belohnung nicht viel erfüllender, dank der Hindernisse, die du dafür überwinden musstest? Vielleicht verdanken wir diese spitzbibischen Seiten an uns der Jahreszeit. Mach dir keine Sorgen, Kleines. Du wirst für den Abschluss der Jagd belohnt werden. Vielleicht schließt sich einer von uns dir an, als Begleiter, auf deinen Abenteuern. Das zufallslos wird bestimmen, ob und wann das geschieht. Ah, okay. Also was sagst du? Bist du bereit für die Herausforderung, uns aufzuspülen, Kleines? Wir möchten natürlich eine faire Herausforderung. Das Portal neben mir bringt dich nach Golden Hills, wo die Jagd stattfindet. Es funktioniert allerdings nur, wenn du schon einmal dort warst und derzeit Zugang zu Golden Hills hast. Durchquere das Portal neben mir und lerne die Regeln unseres kleinen Spiels. Und dann sprich mich wieder an, wenn du bereit für die Jagd bist. Uh. Hallo, Idris. Kam die Katze in letztes Jahr auch? Ich weiß es nicht mehr. Ja, doch, ich glaube schon. Ich glaube, die gibt es jedes Jahr, die Katze in. Ja, doch, die Katze in gibt es jedes Jahr. Hä? Da ist ein kleiner Kürbis. So süß. Oh, er hat sich erschrocken. Was? Wie Jasper wegrennt. Hallo, Le Jasper. Kürbiswildproblem. Beim Geist des großen Galoppierers. Meine Kürbisse sind besessen. Ich wollte mir gerade ein paar meiner wertvollen Kürbisse vom Feld schnappen, um sie zum Markt zu bringen, als sie hier da die Kürbisse nach mir schnappten. Die Kürbisse hüpfen herum wie kleinen Teufelsbraten. Eine Katastrophe. McKenzie, die muss mir helfen, die frechen Dinger wieder unter Kontrolle zu bringen. Klick den besessenen Kürbis an, finde die drei Kürbisspröschlinge und klick sie an, bring die Spröschlinge zum besessenen Kürbis zurück. Okay, das ist das, was es jedes Jahr gibt. Hallo? Genau, es wird auch wieder dunkel, wenn man in die Nähe kommt. So. Und der Kürbis kann entweder nichts machen oder einem vor einem weglaufen oder einem hinterherjagen. Seht ihr das an? Sie sind eine Familie. Jetzt, wo du sie zu Rat zusammengebracht hast, sind sie gar nicht mehr so unheimlich. Huch, was ist das? Scheint eine Art Belohnung für dich zu sein. Vielen Dank, dass du mir hilfst, mein Feld wieder in Kontrolle zu bringen. Aber jetzt, wo meine preisgerückten Kürbisse eine eigene Persönlichkeit haben, kann ich sie doch nicht verkaufen und zu Kürbiskuchen machen lassen. Was sage ich denn nur Frau Holtzwerf? Oh je, oh je. Genau. Das Schild sagt uns, ob Kürbisse gerade, äh, ja, findbar sind oder nicht. Ah, der Kürbis hier hat eine Aufgabe für uns. Die Spitzbröschlichen kleinen Spröschlinge und Kürbisse in Golden Hills warten schon ganz gespannt darauf, dass du sie findest. Bist du bereit für die heutige Herausforderung, Kleines? Das wurde anscheinend... Ach nee, gar nicht wahr. Ähm, genau. Man kann da auch einmal am Tag annehmen, aber man kann mehrmals am Tag die Kürbisse finden. Ah, hier ist einer. Okay, musste ich anscheinend nochmal in die Festung einfach laufen. So. Übrigens, geht ihr aus dem Nebel raus, während ihr die Kürbisse, äh, am Suchen seid? Werden die Kürbisse zurückgesetzt? So. Einen haben wir gefunden. Da ist Nummero zwei. Und Kürbis Nummer drei. Bringen wir die mal zurück. Hab dich. So, was gibt's Schönes? Hab ich was verpasst? Es gibt doch sonst immer was vom Kürbis. Ja, ich hab tatsächlich was verpasst. Und zwar ist es so, dass, äh, die Quest verbuggt ist. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme. Ich weiß nicht, wann das Video kommt. Ähm, ich hab in Gruppen nachgefragt. Und, äh, viele haben das gleiche Problem tatsächlich, dass sie von dem kleinen Kürbis nichts bekommen, außer die Schillinge für die Quest. Und, äh, manche haben gar keine Quest beim kleinen Kürbis. Manche haben von dem großen Kürbis das Haustier bekommen. Ähm, die Quest ist also noch verbuggt. Genauso wie, dass ich ständig den Nebel von der, äh, von der Kürbisjagd hab, etc. Das ist alles noch verbuggt aktuell. Keine Ahnung. Ich hab im Support schon geschrieben, in der Hoffnung, dass sie es fixen bis nächste Woche. Aber man kennt ja Star Stable. Sorry, ich hab grad nichts Mikrofon gehauen. Ja. Äh, ich hoffe, dass es nächste Woche besser ist, weil ich will die Sachen vom Kürbis haben. Und, äh, ich war bei der Aufnahme sehr verwirrt, deswegen wundert euch nicht. Ich hab sehr viel rausgeschnitten, was, äh, falsche Informationen waren, etc. Weil dieses Jahr ist es anders. Dieses Jahr gibt es wirklich, äh, die Kürbisjagd gibt es nur, wenn man bei dem kleinen Kürbis die Quest annimmt. Ansonsten findet man keine Kürbisse. Und, äh, ich hab allerdings auch noch nicht heraus, wie oft man die Kürbisjagd machen kann am Tag. Keine Ahnung. Äh, ich hab's jetzt, ich glaub, zehnmal gemacht oder so und nicht einmal was bekommen, abgesehen von den Schillingen von der Quest. Deswegen, ja. Nicht wundern. Ich hab viel rausgeschnitten, weil es alte Informationen sind, damit es da nicht zu Verwirrung kommt. Und, äh, ja, ich mir auch nicht sicher war bei den meisten Sachen. Wollte ich nur gesagt haben. Gut gemacht. Wenn du heute noch eine weitere Herausforderung abschließen möchtest, dann geh durch das Portal und sprich mit dem kleinen, lebhaften Kürbis am Infoschild. Leb wohl, meine Kleine. Es waren noch weitere spitzbibische Kleine Spröstlinge und Kürbis in Golden Hills. Ganz gespannt darauf, dass du sie findest. Du willst die Herausforderung noch einmal annehmen? Ja, dann machen wir das nochmal. So, jetzt gucken wir das Ganze nochmal. Eins, zwei und Nummer drei. Hier, ihr seht, ich hab, äh, das hab ich aktuell. Bekommt man wirklich nichts mehr vom Kürbis? Mal gucken. Gut gemacht. Sprich mich an, wenn du noch einmal an dieser Jagd teilnehmen möchtest. Ah! Ich hab den magischen Kürbis bekommen. Okay, dann bekommt man das jetzt wohl wirklich nur noch über den kleinen. Nein, find ich ein bisschen schade. Ich mein, ich bin happy darüber, dass ich direkt das Haustier bekommen hab. Äh, ja. Ich mach die jetzt so oft, bis ich die fertig hab für heute. So, mal gucken, was ich jetzt bekomme. Gut gemacht. Also jetzt hab ich aber nichts bekommen. Und ein drittes Mal abgeben. Bekommen wir dieses Mal was? Nö. Und wir haben nämlich noch was zu tun in der Festung des Galoppreiters. Beziehungsweise des Galoppreiters. Hä? Jetzt wird mir hier Kürbis ja den Golden Hills angezeigt. Ich hab die doch schon gemacht. Ich hab die, die Einführungsquests auch dazu schon gemacht. Ich glaub, Halloween ist noch ein bisschen verpackt. Keine Ahnung. So. Schauriger Trailritt. Ein gruseliger Ritt. Wer mag das nicht? Ein schauriger Trail ohne Sonnenlicht. Wage es, McKenzie, und sag mir dann, traust du dich noch einmal ran? Ja. Und erst da. Jeder Ritt ist eine andere Reise. Jeder Ritt fordert dich auf seine Weise. Wenn du Glück hast, findest du mich. Ich sammle und handle, doch ich verschenke nicht. Gehst du heute wieder dorthin? Alles gut, auch ein Nein ist drin. Reiter vom Start bis zum Ende. Leg ich ein Geschenk in deine Hände. Warum ist das hier so hell? Ach, jetzt wird's dunkel. Das ist klar. Super. Ja, man kann hier Krempel sammeln. Der liegt hier überall rum. Und die letzten Jahre hat man den immer gebraucht, um Sachen zu... Ja, craften quasi. Beziehungsweise um Sachen einzutauschen. Gegen Marken zum Beispiel konnte man die auch eintauschen, soweit ich weiß. Und halt, um sich die Raben zu basteln, beschwören, wie auch immer man das nennen mag. Aber es ist wieder der gleiche... Also es ist wieder das gleiche wie letztes Jahr. Beziehungsweise wie die ganzen Jahre. Aber das ist ja klar. Nur die Stimmung ist irgendwie anders. Es ist nicht so dunkel wie sonst. Oder erinnere ich mich jetzt falsch? Ich war der Meinung, dass das mal dunkler war. Und der ist auch jedes Mal anders, wenn ihr reingeht. Also es ist jetzt nicht so, habt ihr einen gesehen, hast alle gesehen. Sondern es sind wirklich verschiedene Trail-Rit-Arten. Die sich natürlich im Laufe der Zeit wiederholen. Aber ja. So. Hier ist der Altar, glaube ich. Ja, genau. Hier war er zumindest die letzten Male. Und hier ist er auch wieder. Und? Beschwörung, Raben, Nachtflügel und Düsterflügel. Den habe ich schon. Sowohl den Düsterflügel als den Nachtflügel. Gut, die kann man zwar wieder bekommen, aber ich habe die halt schon. Die beiden Raben. Aber da kann man sie auf jeden Fall herstellen. Da habt ihr ja auch gesehen, was man dafür braucht. Ich hoffe ja, dass da dieses Jahr noch eine dazukommt. Ich würde mich zumindest freuen, weil dann habe ich den ganzen Kram nicht umsonst gesammelt. Und manchmal rennt einem hier tatsächlich sogar der Galoppierer hinterher. Finde ich aber schön, dass es den Trail-Ritt auch wieder gibt. Auch wenn es im Prinzip jedes Jahr das gleiche ist. So. Das ist jetzt die gruseligste Stelle, in Anführungszeichen. Hier kann man entweder außen rumreiten, oder man kann hier durchreiten. Wenn man Angst vor Spinnen, Schlangen, etc. hat, sollte man hier nicht durchreiten, weil die jagen einen hier. Man entkommt denen gut, aber falls ihr Angst davor habt, würde ich euch nicht empfehlen, hier durchzureiten. Weil die natürlich auch extrem groß sind. Aber hier am Ende, wenn man durch die Schlucht ist, findet man dann nämlich Po die Krähe. Und bei der kann man nämlich Kram eintauschen. Bring glänzende Schmuckstücke und Steine. Du findest deine Taschen voller Gebeine. Nimm sie mit zum Altar. Zaudere nicht. Entscheide mutig und klar. Lass einen Freund deiner Hexe Gefiele herbeirauschen. Ja, genau. Hier kann man die Sachen eintauschen gegen Knochen, die man dann für die Raben halt braucht. Aber ich brauche dann nichts einzutauschen, weil ich habe die beiden Raben schon. Dann werde ich mir den Kram lieber sparen. So, dann sind wir hier jetzt fertig. Dann war es das jetzt tatsächlich auch wieder mit dem Trail-Ritt. Wieder zurück. Der Trail ist abgeschlossen. Mackenzie, du bist wieder da und bekommst deine Belohnung. Na klar. Komm morgen zurück, wenn du magst. Ich warte auf dich, falls du es wagst. Gra. Hexe, ich bin ein Geister und Schlang. Du hast den Trail geschafft, ohne zu bangen. Lucky war tapfer und du ebenso. Traut ihr euch an Runde 2. Ja, habe ich ja jetzt schon gemacht. Schon wieder fleißig Marken gesammelt. Und dann, äh, ja, machen wir jetzt noch Kürbisse und Verliese. Und wir haben ja noch die Quest am... Äh, wie heißt das denn jetzt? Am Kessel, genau. Die können wir auch noch machen und dann sind wir auch schon wieder durch. Hey, du möchtest etwas über Verliese und Kürbisse wissen? Cool. Du musst all die kleinen Kürbisse aufsammeln, die in den Gängen liegen. Wenn du sie alle hast, öffnet sich ein Ausgang. Da musst du so schnell wie möglich raus. Oh, noch etwas. Lass dich nicht von den Geistern erwischen. Ja, ja, da drin sind Geister. Jede Menge. Ja, genau. Das ist einfach nur, äh, Pac-Man quasi. Wir, äh, müssen hierfür absteigen. Drück in den Button, wenn du fertig bist, um das Rennen zu beginnen. Wo stehen wir da? Ja, genau. Man kann die Kamerasicht auch ändern, dass man halt das aus der Ego-Perspektive macht, beziehungsweise halt ganz normal guckt. Ähm, ich laufe aber einfach jetzt so von oben rüber. Ist am einfachsten und gemütlichsten für mich. Aber süß, dass man meinen Kürbis einfach mit auf der Karte sieht. Und das war, scheiße, das ist eigentlich nicht so, dass da unten so riesen, dass da so riesen Balken drauf sind. Ich wurde in die Geisterkammer gebracht. Lol. Ich hab jetzt alle Kürbisse gefunden. Hat ein bisschen länger gedauert als sonst. Man hat dafür zehn Minuten Zeit, soweit ich das weiß. Cool, oder? Sie mögen zwar die Türen zum Keller des Silbergletschlosses versiegelt haben, aber damit können sie unsere Spiele nicht verhindern. Genau, kann man auch einmal täglich machen. Und es gibt wieder Marken dafür. So, dann machen wir jetzt noch die Sache mit dem, ähm, ja. Kessel, nicht Kürbis, Kessel. Nein, ich weiß nicht, warum du es mir so schwer machst. Kannst du nicht einfach... Oh, siehst du, jetzt hast du mich dazu gebracht, laut zu werden. Denk an das, was Mama immer sagt, Karin. Tief durchatmen. Krummel, blubber. Tja, und das tut mir auch furchtbar leid. Aber sieh mal, hier ist eine andere Person, die gerne einen Trank brauen würde. Was willst du ihr denn sagen, hm, dass das nicht geht? Es tut mir so leid, dass du das mit ansehen musstest. So übellaunig habe ich den Kessel noch nie erlebt. Aber wo sind ja meine Manieren? Oh je, Mama würde sich für mich schämen. Ich heiße Katrin. Karin. Und du? Oh, bei den Sternen, du musst bei Kenzie sein, die Soulfighterin. Ich habe schon so viel von dir gehört, aber es hat nie jemand erwähnt, wie süß du bist. Oh, tut mir leid, das gehört sich nicht. Komm schon, Karin, benimm dich wie ein Profi. Dieser Kessel benimmt sich ganz schlimm daneben. Könntest du mir helfen, ihm mit Dingen zu füttern, die er haben will, damit er sich beruhigt? Bisher hat er etwas von Moos, Geisterschleim und einem Spinnenei gekrummelt. Vielleicht, ihr könntest du vielleicht diese Dinge suchen und mich dann noch einmal ansprechen? Du findest alle Zutaten irgendwo hier in der Festung. So, ich habe ein bisschen Kram gesammelt. Ihr könnt natürlich übrigens auch die Pflanzen, die ihr auf Jovic sammelt, hierfür verwenden. So, hallo? Oh, du hast alle drei gefunden. Und so schnell, du bist wirklich bewundernswert. Dann schauen wir doch mal, ob der Kessel unsere Gaben annimmt. Kannst du die Zutaten in den Kessel werfen? Ich lerne das Tränkebrauen erst noch und bin ein bisschen nervös. Ich bin sicher, bei dir klebt das auf Anhieb. Genau. Moos, Geisterschleim und Spinnenei in den Kessel. Moos, Geisterschleim und Spinnenei. Ja. Mal gucken, was er ausspuckt. Wunderbar, guck mal, wie quirlig der Kessel jetzt aussieht. Ich wusste, auf dich es verlasst, Soulwiderin Mackenzie. Du darfst gerne mit dem Kessel experimentieren. Mir ist aufgefallen, dass es unterschiedliche Zutaten auch zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Tränkebrauen, klicke den Kessel an, um verschiedene Zutaten hineinzuwerfen und eine Belohnung zu erhalten. Was du bekommst, hängt von der ausgewählten Zutat und deinem Glück ab. Seltene Zutaten erhöhen die Chance auf die tollsten Belohnungen. Aber der Kessel lässt sich nie mit leeren Händen zurück. Genau, irgendwas bekommt man immer. Seltene Zutaten sind zum Beispiel Asche, Pferdehaar oder halt auch tatsächlich die Seelensplitter. Die kann man immer noch reinschmeißen. Ich mache das jetzt einfach mal mit Asche und Pferdehaar und Seelensplittern und gucke mal, was ich bekomme. Man kann aber auch Pflanzen reinschmeißen. Ein Kürbis. Letztes Jahr hat man ein Haustier und ein Outfit bekommen. Genau. Für sowohl Pferde als auch Dings. Der Kessel braucht eine Stunde Pause, nachdem er einen Tragen gebraucht hat. Bitte komm doch später noch einmal wieder. Oh. Mittlerweile muss man eine Pause machen, wenn man den Tragen gebraucht hat. Okay, das ist neu. Letztes Jahr war das definitiv nicht so. Letztes Jahr konnte man wirklich hintereinander brauen. Dann hoffe ich aber, dass sie die Rate auch erhöht haben von den Sachen, weil ich habe letztes Jahr echt viel rausgeballert, um den Kram zu bekommen. Ich glaube tatsächlich, ja, das hier war, warum das da ist, keine Ahnung. Wir können gerne nochmal nach Golden Hills gehen, aber ich habe die Quest mit dem Kürbis ja schon abgeschlossen. Ja, also ich habe hier keine Quest mehr. Ich habe zwar noch eine Quest bei Jasper, aber das ist für die, äh, für das Fuchsrennen. Das hat nichts mit Halloween zu tun. Wir können auch gerne hingucken, um euch das zu beweisen. Ja, das hier, das hat mit dem Rennen von den Füchsen zu tun. Das hat nichts mit Halloween zu tun. Also keine Ahnung, ist ein Bug. Damit war es das aber tatsächlich von mir für das Halloween-Event. Jetzt so mal wieder ein kurzer Überblick. Ja, was heißt kurz? Ich weiß nicht, wie lange die Folge geht, aber egal. Ein kleiner Überblick, was dieses Jahr alles wieder so drin ist, was es wieder gibt. Aber natürlich kommt dann, äh, kommt da noch einiges dazu. Gut, dann war es das jetzt von mir. Okay, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!